So, wir wollen über Sprachen vom Typ 1 sprechen. Kontextsensitive Grammatiken sind die richtigen Grammatiken, um diese Art von Sprachen zu definieren. Wir wissen, kontextsensitiv heißt einfach, die Grammatik ersetzt immer nur Teile des Wortes durch längere Teile oder Teile, die mindestens genauso lang sind. Das ist die einzige Einschränkung, die wir da fordern. Und wir haben für diese Art von Grammatiken bisher noch kein geeignetes Berechnungsmodell. Wir haben für Typ 2 Grammatiken die Kellerautomaten, für Typ 0 Grammatiken die Turing-Maschinen. Aber was ist eigentlich dazwischen? Was sind die richtigen Automaten für Typ 1 Sprachen? Das wollen wir uns jetzt anschauen und in diesem kurzen Video klären. Willkommen zurück, mein Name ist Markus Krutsch. Dies sind die Videos zum Thema formale Sprachen und Automaten an der TU Dresden. Ich hatte gerade gesagt, irgendwie müssen wir zwischen Kellerautomat, der offensichtlich zu schwach ist, und Turing-Maschinen, die offensichtlich zu stark sind, einen Mittelweg finden. Der Typ 1 liegt im Prinzip dazwischen. Mit Turing-Maschinen können wir natürlich Typ 1 Sprachen erkennen, und zwar alle, denn jede Typ 1 Sprache ist auch eine Typ 0 Sprache, aber sie sind nicht exakt, sie können noch viel mehr. Und mit Kellerautomaten können wir viele Typ 1 Sprachen nicht erkennen, nur die speziellen, die auch vom Typ 2 sind. Das heißt, wir brauchen etwas in der Mitte, und die Lösung dafür ist es, nicht etwa noch ein ganz neues Automatenmodell einzuführen, sondern einfach die Automaten, die wir für Typ 0 haben, die Turing-Maschinen, in ihrer Mächtigkeit einzuschränken. Und das tut man einfach, indem man den Arbeitsspeicher der Turing-Maschine beschränkt. Das Ergebnis ist, das, was man als linear beschränkte Turing-Maschine oder auch linear bounded Automaton LBA bezeichnet, eine nicht-deterministische Turing-Maschine, die den Lese-Schreibkopf nicht über das letzte Eingabezeichen hinaus bewegen kann. Versucht sie das, bleibt der Kopf stattdessen an der letzten Bandstelle stehen. Das heißt, in diesem Fall haben wir ein Verhalten, das wir bisher nur vom linken Rand des Bandes kennen, auch am rechten. Es ist nicht möglich, zusätzlichen Speicher zu allocieren. Alles, was die Turing-Maschine berechnen will, muss sie in den verfügbaren Speicher quetschen. Das heißt, so ein Automat, so ein LBA, kann nur die lineare Menge an Speicher nutzen, die durch die Eingabe bereits belegt wird. Warum ist das linear? Na ja, wenn die Eingabe eine bestimmte Länge hat, sagen wir n, dann haben wir auch n Zellen im Speicher zur Verfügung. Wenn Sie also den verfügbaren Speicher mit der verfügbaren Eingabe, mit der Eingabelänge vergleichen, dann sehen Sie eine lineare Funktion. Und das ist hier gemeint mit linear. Okay, es stellt sich auch heraus, dass man durchaus auch es schaffen kann, doppelt so viel Speicher zum Beispiel zu verwenden, indem man nämlich einfach an jeden Ort des Bandes zwei Zeichen kodiert. Ja, wir haben ja so eine Idee, dass man mehrere Zeichen an einem Platz kodieren kann. Schon beim letzten Mal gesehen, als wir die Typ-Null-Sprachen mit Turing-Maschinen erkannt oder mit Turing-Maschinen zusammengebracht haben und gezeigt haben, wie eine Grammatik eine Turing-Maschine simuliert. Da hatten wir ja auch Variablen benutzt in der Grammatik, also nicht Terminalsymbole, die eigentlich drei Dinge auf einmal kodieren. Und genauso könnten auch Band-Symbole einer Turing-Maschine mehr als eine Information enthalten. Doppelt so viele Band-Symbole, dreimal so viele Band-Symbole, viermal so viele Band-Symbole, tausendmal so viele Band-Symbole. Aber in jedem Fall ist der Speicher, den wir dadurch insgesamt gewinnen, immer noch linear beschränkt. Also die Turing-Maschine kann nur eine Menge an Symbolen speichern, die proportional wächst mit der Länge des Eingabewortes. Deshalb also linear beschränkt. Beispiel. Wir hatten schon einmal vor einigen Videos in der Vorlesung 18 die Sprache A hoch I, B hoch I, C hoch I mithilfe einer Turing-Maschine erkannt. Zumindest hatten wir skizziert, wie man das macht. Ich hatte gesagt, ja, die Idee ist einfach, wir ersetzen jedes einzelne A mit einer markierten Version. Und jedes Mal, wenn wir das tun, ersetzen wir auch genau ein B und ein C. Wobei wir abbrechen und die Eingabe ablehnen, falls wir kein geeignetes B und C finden für ein A. Solange das gut geht und A's und B's und C's in gleichen Mengen auftauchen, machen wir weiter, bis alle A's ersetzt sind. Und nachdem das geschehen ist, prüfen wir noch, ob jetzt das Wort tatsächlich nur aus einer Kette von markierten A's, gefolgt von markierten B's, gefolgt von markierten C's besteht. Und falls das so ist, dann ist die Akzeptanz hier gegeben. Wenn wir uns diesen Algorithmus ansehen, dann sehen wir leicht, dass der tatsächlich auskommt, ohne irgendwelchen zusätzlichen Speicher zu adduzieren. Wir können dieses Verfahren also nur auf der gegebenen Eingabe anwenden. Wir ersetzen Zeichen, aber wir müssen keine zusätzlichen Bereiche im Speicher dafür einplanen. Gut, also das heißt, so etwas geht. Wir haben sogar schon Beispiele dafür gesehen und natürlich ist das hier auch eine kontextsensitive Sprache. Das heißt, das passt zusammen. Wir wollen jetzt noch erkennen, dass das tatsächlich das Gleiche ist. Also ich möchte das wieder beweisen, so wie ich auch bei Typ 0 bewiesen habe, dass die Turing-Maschinen genau das richtige Automatenmodell sind, möchte ich jetzt hier bei Typ 1 zeigen, dass die linear beschränkten Automaten das richtige Automatenmodell sind. Dabei vereinfachen wir es uns ein ganz kleines bisschen. Sie erinnern sich, bei den Typ 1 Sprachen, schon für die kontextsensitiven Grammatiken hatten wir eine Besonderheit mit dem leeren Wort. Das leere Wort kann nicht durch eine normale Typ 1 Grammatik, durch eine ganz einfache kontextsensitive Grammatik erzeugt werden, denn da müsste man das Startsymbol zumindest löschen können. Und das ist ja eine Verkürzung durch eine Produktionsregel. Eigentlich ist das nicht erlaubt. Dafür hatten wir Sonderfälle. Wir haben Epsilon-freie Grammatiken betrachtet und so weiter und so fort. Das war ein bisschen aufwendig oder ein bisschen ein kleiner Umweg auf dem Weg dieser Beschreibung. Hier würde das auch wieder zu Sonderfällen führen, weil natürlich in dem Moment, wo ich das leere Wort als Eingabe betrachte, dann hätte die Turing-Maschine null Speicherzellen zur Verfügung, nach meiner Definition, die ich gerade gegeben habe. Und das geht natürlich nicht. Der Lese-Schreibkopf muss irgendwo stehen. Also mindestens eine Speicherzelle müssen wir zulassen. Und insofern ist dieser Sonderfall durch das, was ich gesagt habe, nicht abgedeckt. Man kann das leicht beheben, aber das ist nicht sehr interessant, denn wir sparen uns die Umwege. Okay, also Typ 1 Sprachen ohne die Sprachen, die das leere Wort enthalten. Und für diese Fälle kann man leicht sehen, zumindest wir können das mit dem, was wir bereits wissen, dass Typ 1 Grammatiken genau diejenigen Sprachen erzeugen, die von einem LBA erkannt werden können. Wieso können wir das leicht sehen? Naja, weil LBAs sind ja Turing-Maschinen und im Prinzip wissen wir ja schon, wie man die Beziehung zwischen Turing-Maschinen und Grammatiken herstellen kann. Das haben wir beim letzten Mal für Typ 0 Sprachen schon gesehen und diesmal können wir eigentlich fast das Gleiche tun. Das, was wir damals getan haben, ist im Prinzip schon die Lösung für das, was wir gleich vorhaben. Beweis. Wir können wieder fast die gleiche Konstruktion anwenden. Erster Schritt. Wir wollen zeigen, dass eine Typ 1 Grammatik mit einem LBA gelöst werden kann. Und dazu müssen wir uns einfach nur erinnern, wie wir das bei Turing-Maschinen allgemein gemacht haben. Wir hatten einfach gesagt, die Eingabe, die die Turing-Maschine erhält, ist ja das, was die Grammatik am Ende erzeugen soll. Und wir wenden dann Grammatikregeln rückwärts an. Das heißt, wir versuchen, die Dinge, die dort auf dem Eingabeband vorhanden sind, zu erklären durch die Anwendung von Grammatikregeln. Und hoffen, dass wir durch diese Rückwärtsanwendung über viele Zwischenschritte vielleicht irgendwann zum Startsymbol gelangen. Und dann wissen wir, das Wort hätte erzeugt werden können durch die Grammatik. Wir haben hier, wichtig, nicht-deterministische Turing-Maschinen. Das heißt, wir können wieder frei raten, auf welchem Weg wir das schaffen wollen. Das muss also nicht zielgerichtet sein. Es reicht, wenn wir irgendwelche Regeln rückwärts anwenden auf irgendwelche Teilwörter und hoffen, dass wir dabei Erfolg haben. Das Gute an kontextsensitiven Grammatiken ist jetzt, dass, wenn wir die Regeln rückwärts anwenden, natürlich das Wort dabei immer kürzer wird oder höchstens so lang bleibt, wie es vorher war, weil ja die Wörter auf der rechten Seite von Produktionsregeln bei Typ-1-Grammatiken immer länger oder höchstens gleich lang sind wie die Wörter auf der linken Seite. Also wenn wir sie rückwärts anwenden, dann ersetzen wir ein langes Wort durch ein tendenziell eher kürzeres. Das heißt, diese Ersetzung kann immer in gleichem Speicher ausgeführt werden. Hoffentlich wird das Wort auch irgendwann mal echt kürzer, dann brauchen wir sogar weniger Speicher. In jedem Fall brauchen wir nicht mehr Speicher. Und damit klar, dass das in LBAs machbar ist. Umgekehrt, LBAs zu Typ-1-Grammatiken. Wie kann eine Typ-1-Grammatik eine Turing-Maschine mit linearem Speicher simulieren? Auch das werden wir im Prinzip ganz ähnlich machen wie beim letzten Mal für Typ 0. Da hatten wir ja schon mal eine Grammatik für eine Turing-Maschine und die können wir hier einfach wiederverwenden. Fast. Hier haben wir die Grammatik. Ich hatte beim letzten Mal ja erwähnt, die ist ganz einfach. Man kann die Regeln auf einer Folie darstellen. Hatte ich gar nicht gemacht, aber hier sehen Sie sie alle auf einer Folie. Das sind genau die Regeln, die wir verwendet hatten, um eine Turing-Maschine in einer Typ-0-Grammatik zu simulieren. Erst haben wir beliebige Eingabewörter generiert und hinter denen noch beliebig viele zusätzliche Leerstellen erzeugt. Das waren hier diese Blanks. Das war dazu da, dass wir zusätzlichen Arbeitsspeicher bekommen. Dann hatten wir drei Formen von Regeln, die die Ersetzungen der Turing-Maschine und die Schritte der Turing-Maschine kodieren, indem wir immer den Bereich, in dem sich der Lese-Schreibkopf gerade befindet, entsprechend umschreiben, sodass es genau einem Schritt entspricht. Und dann hatten wir noch Regeln zum Abschluss, bei denen wir dann immer, wenn ein Zustand ein Endzustand ist und es keine weiteren Bewegungsmöglichkeiten gibt mit dieser Kombination von Bandzeichen X und Zustand Q, dann haben wir immer einfach diese gepackten dreistelligen Nicht-Terminalsymbole durch ihren obersten Bestandteil ersetzt. Und wenn das einmal passiert war, haben wir alles der Reihe nach ersetzt. Links und rechts von den schon ersetzten Stellen wurden auch weiter Ersetzungen vorgenommen, so lange, bis gar nichts mehr auf dem Band steht, außer Eingabesymbole und vielleicht Blanks, die durch diesen zusätzlichen Speicher entstanden sind. Und die haben wir einfach gelöscht. Und genauso funktioniert es auch hier wieder. Die einzige Unterscheidung ist, dass natürlich für Typ 1 nicht alle dieser Regeln okay sind. Und wir sehen, fast alle Regeln hier führen zu etwas Längerem oder Gleichlangem. Aber es gibt zwei Regeln, die zu einer Verkürzung führen. Das ist diese Regel, die B durch Epsilon ersetzt und diese Regel, die das Blank durch Epsilon ersetzt. Und beide Regeln sind problematisch, aber beide Regeln brauchen wir natürlich nur deshalb, weil wir zusätzlichen Speicher eingeführt haben. Die erste Regel könnte man auch durch Umformulierung der Grammatik ohnehin loswerden. Also anstatt hier ein Epsilon zu erzeugen, wenn wir genügend Blanks haben, könnten wir auch noch ein Blank mehr erzeugen und es dabei belasten, kein B-Werte anhängen. Das würde auch dazu führen, dass wir das Ganze, die Generierung beenden. Und es wäre nicht schlimm, wenn wir ein Blank mehr oder weniger erzeugen. Dann im Zweifel geben wir der Turing-Maschine noch eine Stelle mehr Speicher, die sie nicht nutzt. Das wäre nicht schlimm. Also das heißt, dieses Epsilon könnten wir tatsächlich auch mit Veränderung der Grammatik loswerden. Dieses Epsilon hier unten aber nicht. Denn das ist das Epsilon, was die Länge des Speichers, die vergrößert werden musste, um die Berechnung der Turing-Maschine durchzuführen, wieder künstlich verkürzt, damit nur die Eingabe übrig bleibt. Und das ist genau das, was ja bei einer Typ-1-Sprache und beim LBA nicht vorkommen soll. Also das ist gleich zu sehen, dass wir das nicht wollen. Okay, wenn wir jetzt aber einen LBA haben, der gar keinen zusätzlichen Speicher braucht, dann können wir alles, was hier mit B zu tun hat, zur Erzeugung von Blanks, einfach weglassen. Und damit müssen wir sie auch am Ende nicht löschen. Das heißt, die Grammatik vereinfacht sich, wie hier dargestellt. Ich habe hier alles ohne DBS geschrieben. Dadurch müssen ein paar Dinge hier zusammengeführt werden. Aber es ist nicht weiter schlimm. Ich kann nochmal hin und her gehen. Da sehen Sie, was hier passiert. Also wir hatten hier die Möglichkeit, ein Zeichen zu erzeugen oder auch direkt zu den Blanks überzugehen. Das ist im Prinzip die Möglichkeit, dass das leere Wort am Anfang steht. Diese Möglichkeit fällt dann weg. Und auch wenn wir fertig waren mit der Generierung des Eingabewortes, sind wir immer in diese B-Phase übergegangen, mit der man noch null oder mehr Blanks erzeugt. Das fällt jetzt flach. Dafür haben wir die Möglichkeit, direkt nach der Generierung eines einzigen Eingabezeichens die Generierung zu beenden. Dann haben wir nur A auf dem Eingabeband und nur den Startzustand dort stehen. Oder wenn wir uns entschließen, mehrere Dinge zu generieren, dann können wir entweder das fortsetzen, indem wir hier wieder ein A anhängen oder an irgendeiner Stelle aufhören. Das ist die Generierung. Alles andere bleibt gleich. Bis auf die letzte Zeile. Dann müssen wir keine Blanks mehr löschen, denn es gibt hier keine Blanks in der Generierung. Also werden auch keine auftauchen nach dieser Kollabierung der dreistelligen Symbole in ihre obere Spur. Okay. Das ist schon alles. Damit haben wir den Beweis erbracht. Die Grammatik funktioniert wie zuvor und für LBRs benötigen wir den zulässigen Speicher nicht. Damit ist der Beweis schon fertig. Okay. Das zeigt also, dass Typ 1 Sprachen und linear beschränkte Turing-Maschinen genau die gleichen Sprachen akzeptieren beziehungsweise generieren, müsste man sagen bei Grammatiken. Was noch bleibt, ist die Frage, wie es denn aussieht mit dem Wortproblem für Typ 1. Wir wissen, für Typ 0 ist das Wortproblem sehr schwer. Es ist unentscheidbar tatsächlich. Also man kann es zwar Turing erkennen in der Regel, also immer, aber man kann es nicht immer entscheiden. Also das bedeutet, insbesondere für Wörter, die nicht der Sprache angehören, kann man nicht nach endlich vielen Schritten der Turing-Maschine sicher sein, dass sie deshalb tatsächlich nicht akzeptiert werden. Das könnte immer weitergehen. Nur für die Wörter, die akzeptiert werden, wird die Turing-Maschine garantiert akzeptieren und also auch halten. Wie ist es bei Typ 1? Na ja, Typ 1 hat eine natürliche Grenze. Die natürliche Grenze ist die Größe des Speichers. Kann Typ 1 nicht trotzdem in Endlosschleifen laufen? Klar, kann es natürlich. Also auch mit endlichem Speicher kann eine Turing-Maschine in Endlosschleifen geraten. Sie muss ja eigentlich überhaupt nichts tun. Sie muss auch den Speicher nicht vergrößern oder irgendwie verändern. Sie kann auch einfach so Übergänge ausführen, die keinen Unterschied machen. Sie kann auch, wenn sie mag, den Speicher dabei verändern, immer vor- und zurücklaufen und irgendetwas umschreiben und wieder von vorn. All das ist möglich und in vielen dieser Fälle kann die Turing-Maschine tatsächlich ewig laufen. Das heißt, auch hier ist nicht sichergestellt, dass jeder LBA irgendwann hält. Können wir trotzdem das Wortproblem für Typ 1 entscheiden? Gibt es trotzdem eine Möglichkeit, um dieses Halteproblem von LBAs herumzukommen? Können wir wissen, dass der LBA nicht hält? Denn das ist es ja nicht wahr. Wenn wir wüssten, dass der LBA garantiert nicht anhält, dann wäre es nicht schlimm, wenn er eine Endlosschleife ausführen würde. Wir könnten das dann rechtzeitig erkennen und würden einfach dann die Ausgabe auf Nein setzen. Also das Wort würde dann nicht akzeptiert werden. Das Problem bei Typ 0 ist eben nur, dass das Halteproblem unentscheidbar ist. Und deshalb wissen wir nicht, ob es vielleicht noch zum Halten kommen wird oder ob das tatsächlich unendlich läuft. Bei Typ 1 geht das natürlich irgendwie, denn Typ 1 hat ja nur endlich viel Speicher. Das heißt, Typ 1 hat auch nur endlich viele Konfigurationen. Auf einem beschränkten Speicher gibt es nur beschränkt viele Konfigurationen. Wir können sogar genau ausrechnen, wie viele das sind. Wenn ich n Zellen im Speicher habe, dann kann ich Größe von Gamma hoch n viele verschiedene Speicherinhalte darstellen. Gamma, das Bandalphabet. Ich kann in jeder dieser Speicherbelegungen an allen n Positionen den Lese-Schreib-Kopf haben. Das heißt, ich habe nochmal n mal mehr Möglichkeiten. Und ich kann mich dabei in q verschiedenen Zuständen befinden. Also in Kardinalität von q vielen. Das heißt, die Gesamtzahl der möglichen Konfigurationen ist diese. Also ziemlich groß, ja. Exponentiell hier bezüglich n. Aber natürlich endlich. Das heißt, es gibt nicht so viele verschiedene Konfigurationen, in denen die Turing-Maschine sein kann. Und natürlich, wenn die Turing-Maschine in einer Konfiguration ist, dann bestimmt das völlig, was sie von da aus noch tun kann. Können wir also einfach sagen, wenn die Turing-Maschine zweimal an der gleichen Konfiguration vorbeikommt, und also eine Konfiguration mehrmals besucht, dann wissen wir, aha, sie ist in einer Schleife, die wird jetzt immer weiter die gleichen Konfigurationen abarbeiten und immer wieder zu dem gleichen Ort kommen. Ist das so? Ja, also nochmal, wenn Sie eine Turing-Maschine, Sie haben eine LBA, Sie würden den laufen lassen, Sie beobachten die Konfigurationen, die er dabei durchläuft. Und wenn eine Konfiguration, die schon mal aufgetaucht war, noch einmal auftaucht, dann brechen Sie ab und sagen, verwerfen. Ist das okay? So halb, ja. Nicht ganz. Warum nicht? Weil LBAs nicht deterministische Automaten sind, nicht deterministische Turing-Maschinen. Das bedeutet, natürlich können Sie in dem Fall schon relativ frei verwerfen. Sie müssen allerdings auch noch alle anderen möglichen Abläufe betrachten. Und da gibt es vielleicht dann einen, der akzeptiert. Es könnte Ihnen auch passieren, dass der, der zwei eine Konfiguration doppelt besucht, noch akzeptieren kann, weil es ja möglich sein könnte, dass auf dieser Schleife wieder nicht deterministische Entscheidungen passieren und mit einer anderen Entscheidung kann man vielleicht doch noch zur Akzeptanz kommen. Das ist aber tatsächlich nicht schlimm, wenn Sie an der Stelle verwerfen würden. Dann ist das durchaus gerechtfertigt, denn die Turing-Maschine hätte die richtige Entscheidung, um diese Schleife zu verlassen, ja vielleicht schon eher treffen können. Also man muss der Turing-Maschine nicht erlauben, dieselbe Schleife tausendmal zu durchlaufen, um am Ende doch noch den richtigen Ausgang zu finden, sondern man kann erwarten, dass die Turing-Maschine den Ausgang gleich beim ersten Mal findet und überhaupt keine Schleifen benutzt auf ihrem Weg zur Akzeptanz, wenn es denn überhaupt einen Weg zur Akzeptanz gibt. Insofern wäre das ein mögliches Verfahren, mit dem man arbeiten kann. Wir haben noch ein bisschen was anderes hier vor, eine kleine Abweichung davon, die es vielleicht noch ein bisschen anschaulicher macht, was hier passiert, und bei der wir nicht einmal die Turing-Maschine simulieren müssen. Die Idee ist, dass wir die Konfiguration ja im Prinzip im Vorfeld kennen. Wir wissen ja, wenn der Input N-Zeichen lang ist, welche möglichen Konfigurationen es gibt und damit müssen wir die Turing-Maschine gar nicht simulieren. Das ist schon alles bekannt, was überhaupt eintreten kann. Man kann außerdem anhand der Turing-Maschinen-Beschreibung natürlich entscheiden, ob man von einer Konfiguration in eine andere wechseln kann oder nicht. Das ist ziemlich einfach. Das ist die Übergangsrelation. Die kann man also berechnen. Man kann das einfach ablesen, ob es möglich ist, von der einen Konfiguration in die andere zu kommen. Und das bedeutet, wir können das gesamte Verhalten einer Turing-Maschine, die so beschränkt ist, also mithilfe eines Graphen darstellen. Ein Graphen, also eine Art wie ein Netzwerk, eine mathematische Struktur aus Knoten und Kanten, hier in dem Fall ein gerichteter Graph, der also darstellt, als in seinen Knoten die möglichen Konfigurationen und in den Pfeilen, die von einem Knoten zum anderen gehen, die möglichen Übergänge. Das heißt, es gibt immer dann einen Pfeil in dem Graphen, wenn man von einer Konfiguration zur anderen gelangen kann. Und das nennt man Konfigurationsgraph. Dieser Konfigurationsgraph ist groß, ja, exponentiell, aufgrund der hohen Anzahl an Konfigurationen, aber er lässt sich berechnen. Das heißt, Sie könnten einfach für eine bestimmte Eingabe, deren Länge Sie jetzt kennen, und für eine bestimmte Konfiguration, äh, pardon, für eine bestimmte Turing-Maschinenbeschreibung diesen Graphen berechnen. Und der würde Ihnen sozusagen eine Landkarte all dessen liefern, was die Turing-Maschine überhaupt im Prinzip tun kann. Man kann das Problem dann also auf diesen Graphen beziehen und anders ausdrücken, so wie hier beschrieben. Wortproblem mit Konfigurationsgraphen. Gibt es eine akzeptierende Endkonfiguration? Akzeptierende Endkonfiguration, eine, von der man nicht weiter laufen kann, also in der die Turing-Maschine hält, eine Sackgasse im Graphen, die in einem Endzustand sich befindet, in einem akzeptierenden. Das wäre eine akzeptierende Endkonfiguration. Wortproblem, gibt es eine solche akzeptierende Endkonfiguration, die im Konfigurationsgraphen von der Startkonfiguration aus erreichbar ist, also zu der es ein Pfad durch diese Pfeile gibt, in der Richtung der Pfeile natürlich. Das entspricht ja dann einem Lauf einer Turing-Maschine. Und wenn so ein Lauf möglich ist, dann akzeptiert die Turing-Maschine. Das heißt, das Wortproblem ist eigentlich nur eine Erreichbarkeitsfrage für einen endlichen Graphen. Und das kann man lösen. Ja, wenn ich einen Graphen Ihnen gebe und Sie sollen prüfen, ob man von einem Knoten zu einem anderen gelangen kann oder zu irgendeinem anderen aus einer Menge von anderen Knoten, dann können Sie das mit einem Programm tun. Und in dem Fall, wenn das der Graph ist, mit dem Sie arbeiten, dann lösen Sie damit schon das Wortproblem. Dann wissen Sie dann schon, ob diese Turing-Maschine akzeptieren würde oder eben nicht, ohne dass Sie sie in dem Sinne ausgeführt haben. Daraus folgt, das Wortproblem für Typ 1 Sprachen ist entscheidbar. Und der Beweis ist einfach das, was ich Ihnen gerade gesagt habe. Erster Schritt, wir berechnen den Graphen. Zweiter Schritt, wir prüfen, ob eine Endkonfiguration erreichbar ist. Okay, das ist ein Algorithmus. Und das ist schon mal umwelten besser als das, was wir bei Typ 0 haben. Denn da ist es eben nicht entscheidbar. Aber es ist natürlich immer noch nicht besonders schnell. Es dauert exponentiell. Es braucht auch exponentiell viel Speicher, wenn wir das so machen. Wir könnten den Graphen natürlich auch nur zum Teil im Speicher halten, denn er lässt sich ja jederzeit wieder berechnen. Er entsteht ja gesetzmäßig aus dem, was wir schon wissen. Also es ist auch möglich, den Weg vielleicht in einer anderen Art und Weise zu suchen. Aber es dauert sicherlich exponentiell lange, um zu prüfen, ob man von einem Knoten zum anderen kommen kann, weil einfach die Pfade so lang sind. Also das wird sich nicht vermeiden lassen. Das ist also komplex. Es ist also schwierig. Es ist kein sehr schneller Algorithmus. Aber es stellt sich heraus, nach allem, was wir wissen, ist das Wortproblem von Typ 1 Sprachen zum Teil wirklich so schwer. Also dieser Algorithmus benötigt natürlich immer exponentiell viel Zeit, was kein gutes Merkmal für einen Algorithmus ist. Aber bis heute ist nicht bekannt, ob es überhaupt irgendeinen Algorithmus gibt, der im Worst Case, im schlimmsten Fall, weniger als das benötigen würde. Natürlich kann man zumindest versuchen, und das machen wir in der Informatik ja in der Regel, wenn wir schwere Probleme haben, man kann zumindest versuchen, einen Algorithmus zu finden, der in vielen wichtigen, praktischen Fällen viel weniger Zeit benötigt. Der Worst Case lässt sich nicht verhindern, aber man möchte natürlich nicht unbedingt einen Algorithmus, der immer so schlecht ist, als wenn der Worst Case in allen Fällen eintritt. Das ist ein großer Unterschied. Okay, aber wir wissen nicht, ob wir wirklich besser sein können. Es gibt natürlich kontextsensitive Sprachen, auch solche, die nicht kontextfrei sind, die diese Komplexität nicht aufweisen. A hoch I, B hoch I, C hoch I, das schaffen sie unterexponentiell in vielen Schritten. Selbst mit dem Algorithmus, den ich Ihnen genannt hatte, mit der Turing-Maschine. Wir ersetzen einfach die Zeichen, und da gehen wir ein bisschen hin und her, aber das ist im Prinzip ein polynomielles Verfahren. Aber es gibt eben auch Fälle, in denen man tatsächlich nicht unterexponentiell langen Berechnungen bleibt. Und ich glaube, solche werden wir vielleicht auch noch sehen in einem späteren Video. Eine Frage, die man vielleicht am Ende noch stellen kann, ist, ist Typ 0 denn wirklich mächtiger als Typ 1? Naja, im Prinzip mit der letzten Folie und dem Ergebnis, dass Typ 1 ein entscheidbares Wortproblem hat, haben wir das auch schon beantwortet. Denn das muss also so sein, dass Typ 0 mächtiger ist, denn dort gibt es offenbar Sprachen, für die das Wortproblem nicht entscheidbar ist. Und wir haben auch schon konkrete Beispiele dafür gesehen, zum Beispiel das Halteproblem. Kann kein Typ 1 Spracher sein, da es nicht entscheidbar ist. Wenn es ein Typ 1 Spracher wäre, hätten wir ja mit dem Algorithmus, den wir gerade angegeben haben, ein Entscheidungsverfahren für das Halteproblem. Und das haben wir bewiesen, kann es nicht geben. Das ist ein bisschen mit dem Holzhammer. Ja, also kein unentscheidbares Problem ist vom Typ 1. Das stimmt. Es gibt aber auch viele andere, viele entscheidbare Probleme, die nicht vom Typ 1 sind. Und man kann es auch auf eine ähnliche Art und Weise durchaus zeigen. Einfach, weil es Probleme gibt, die mit den eingeschränkten Ressourcen eines LBA nicht lösbar sind. Also man findet Probleme in der Informatik, die zum Beispiel nur mit doppelt exponentiell großem Speicher gelöst werden können. Und das ist natürlich deutlich mehr als linearer Speicher. Und man kann auch beweisen, dass es nicht möglich ist, etwas, was doppelt exponentiell viel Speicher benötigt, in linearem Speicher zu lösen. Das gilt schon für einfache exponentielle Speicher übrigens. Und so gibt es also doch eine ganze Menge von schweren Problemen, von denen wir ganz sicher sind, dass sie nicht auf LBAs gelöst werden können. Es gibt aber auch schwere Probleme, bei denen wir zwar denken, dass sie da nicht gelöst werden können, bei denen der Beweis aber bisher aussteht. Also bestimmte Probleme, die in exponentieller Zeit noch lösbar sind, aber von denen man nicht glaubt, dass sie in linearem Speicher lösbar sind, existieren ebenfalls. Also die Grenze ist ein bisschen unscharf, aber es gibt auf jeden Fall sehr viele entscheidbare Probleme, die auch schon jenseits von Typ 1 liegen. Das ist vielleicht das, was wir uns hier merken können. Okay, damit haben wir Typ 1 behandelt. Viel mehr möchte ich dazu gar nicht sagen. Wir haben gelernt, dass lineare beschränkte Tonmaschinen das richtige Automatenmodell dafür sind und dass das Wortproblem für diese Sprachen zumindest noch entscheidbar ist, aber doch um einiges komplizierter als die polynomiellen Wortprobleme, die wir vorher bei den Typ 2 Sprachen und erst recht bei den regulären Sprachen angetroffen haben. Eine Kleinigkeit werde ich noch sagen zu Sprachen, nämlich ich werde noch kurz über Abschlusseigenschaften von Typ 0 und Typ 1 reden. Das mache ich in dem nächsten Video und dann haben wir fast alles über formale Sprachen gesagt, was ich in dieser Videoreihe überhaupt sagen will. Tschüss und auf Wiedersehen. Bis bald. Tschüss. 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 Tschüss.